Wie, warum kann ich denn ein Vogelgezwitscher? Sehr interessant. Hey Leute, ja, ein Single Draft, oh Gott. Jetzt sitze ich schon sechs Stunden in dem Stuhl und ich habe es nur in drei Stunden geschafft aufzunehmen. Wobei ich mehr geplant habe, weil der Skill ja nicht funktionieren wollte. Zumindest mit Stream oder der Stream wollte nicht mit Skill, wie auch immer. Da müssen die dringend was ändern oder die Möglichkeit zu streamen müssen sie verbessern. Ich muss denen da nochmal was schreiben. Mit dem Support ein bisschen auf die Eier gehen, weil wenn du das Spiel nicht spielen kannst, ohne dass es sich anfängt zu ruckeln mit einem Stream nebendran oder dass der Stream mit dem Blitzrate in den Keller geht. Ich konnte ja noch nicht mal normal aufnehmen, sonst hätte ich das ja gemacht. Aber irgendwie, hm, keine Ahnung. Also aufnehmen ging auch nicht. Wurde es auch langsam und ruckelig. Legend fehlt noch. Dann hoffe ich mal für uns. Ah, guck mal. Fuck you, Russian Idiots oder so müsste der heißen. Sehr interessant. Hat er wohl auch recht. Legend fehlt immer noch. Level 1 angeblich. Oh, nö, jetzt auch nicht, dass der... Kann es auch übertreiben. Okay. Sieht so aus, als müssten wir uns jetzt ein neues Spiel suchen. Wenn er jetzt nicht gerade noch fertig ist, ne. Das wäre jetzt noch ein Ding, aber... Tada! Da sind wir. Äh, jetzt könnten wir gerade noch mal gucken. Schade, wurde... Wurde gewertet. Ähm... 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 Wer war denn hier am... Schlimmsten hier? Single Draft. So, jetzt können wir den nochmal... Tja. Werden wir schon missbaut, muss man dafür auch am Ende gerade stehen. Den hatte ich gerade eben. Auch schon, also die beiden, das sind wohl... Das sind wohl eine Gruppe, nehme ich an. Hm. Hat man... Der, auf den wir gewartet haben, der ist nicht mehr dabei. L-S-20. Mit einem brennenden L-Symbol. Wird schlecht. Hm. Drei Stück noch. Mal sehen. Ich würde tippen... Dieser Sternstern... 4EK. Hui. Was auch immer das heißen soll. Naja. Ach, komm, werd fertig. Uhu, werd fertig. Single Draft. Aha. 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 Witch-Doctor. Nein, nehm ich lieber... Razor. Razor und dann... Passt das schon. Okay. Philipp-006. Spiel verlassen. Bitte warten Sie auf den Wiederbeitritt. 5 Sekunden remaining. Geil. Warum auch immer diese Kerle... Wird es mal... Aber... Gut, dass der Russe bei den anderen ist. Nehme ich doch mal an. Ähm. So, das war doch das... Ich weiß nicht, wenn ich mich fortkomme, aber... Dann kriege ich sofort ein... Elektroschock... Kontern. Auf ihn kriegt er die Fähigkeiten. Hm. Welcher... Welcher Schaden verursacht, verlangsamt und Buffs entfernt. Das ist ja schon mal recht positiv. Da muss ich es immer wieder mal... Durchlesen, damit man da... Weiß, worum es geht. Oh, zwei Leute aus unserem Team haben gesetzt. Das heißt, die werden auch das Spiel nicht... Verlassen. Was ist da? Wer ist da oben? So, da gehe ich eben in die Mittel. Mir eigentlich relativ wurscht. Ah, wollen sie mich vielleicht pushen? Wer war das? Die hat nicht gesetzt. Das war ein Trubweiden. Hm. Na gut. Ah, na gut. Ferncover. Phantom Assassin Job. So, jetzt geht das natürlich ab. War ja klar. Hm. 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 Und den Verbindungsschaden, den ich mittlerweile ganz gut kontrollieren kann. Ich brauche auf jeden Fall Bash. Ich brauche Bash-Schaden und... So, Schaden. Hm. Aber ich denke mal, die Schuhe wären jetzt diesmal dann doch... Fürs Erste eine gute Idee. Hm. Reichweite ist natürlich nicht besonders. Wunderbar. Man konnte erst mal stärken. Ich meine, das ist jetzt... Natürlich jetzt nicht so... Wie... Oh, ich bin auf den völlig falschen Tasten. Oh, oh, oh. Ich brauche auf den Zahlentasten. So ein Mist. Jetzt könnte ich schon mal hier ein bisschen was davon benutzen. Bisschen nicht dramatisch. Ah. Lacht-Hit-Reihe. My current flows. Aha. I'll give you static. Schade. Das hat mich ganz hingehauen. Ja, ich sollte abbauen, bevor die mich hier umlieten. Hm. Oh Gott. Noch ein Level. Schön. Den Ring will ich momentan auch eigentlich gar nicht... Ähm... Aber der eigentlich mit 125 einfach nur Mana-Verschwendung ist. Ja, und jetzt will er mal versuchen, den Last-Hit... Ja. Da will mir die Last-Hits streitig machen. Ja. Hatte ich nicht gerade eben... ...so ein blödes Ding gefuttert? Oh. Hm. Das ist so teuer. Was glaubt ihr eigentlich, da ich kein Mana mehr habe? Das Einzige, was ich habe, ist ein Problem mit meinem Leben. Weil ich eigentlich nicht meine ganzen Teile hier verbrauchen will. Aber die heilen momentan auch gar nicht so gut. Hm. Hm. So, der wird da oben... Hm. Er wollte mich abfangen. Oh gut, dann darf die Welle... ...Massenschaden... ....Dann ob es noch CR von der Ignaht Zum Und auch was. D.A.V.O. . Ja, vor allem wenn ich noch aufs Katapult ziehe. Tatsächig kann er mir diese Kasten von Heкой halten. Hm. Haha, hm. Ich war gut, ich war gut. So, dann liefere mir den Kram mal. Ich könnte auch ein bisschen Leben gebrauchen. Überlebensregeneration bringt das Ganze ja nicht mit, ne? Ähm... Ich anstecke uns mal nicht so. Hm. Ich brauche definitiv Mana. Aber es ist ja kein Mana dabei. Mana Aura. HP und Mana. Das war so, um über die Runden zu kommen. Ah, verdammt. Ich muss eigentlich mal zurück... Ich muss eigentlich zurückgehen. Okay. So, und jetzt habe ich meine Ulti. Äh... Genau, folge mir. Das bringt sich garantiert weiter. Ich wollte eh zurück. Ja. Von daher passt das doch ganz gut. 252... Ja, da müssten die jetzt ein Turm-Zettel machen. Das sehe ich eher noch nicht kommen. Hm. Eigentlich bräuchte ich... ... die Flasche. Hm. Na ja. Gut. So. Definitiv eine schon mal als Vorrat kaufen. Und... Aufwärts. Ich brauche Geld. Mann, 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 Mann. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich habe ja auch das meiste meines Manas verbraucht. Ähm... Wenn die hinten rumlaufen, habe ich immer ein Problem. Das ist das Einzige, was mir eben Sorgen macht, dass sie hier jetzt auf einmal wieder auftauchen, aber... Achtung, ist geboten. Vorwärts. Ah, ist nicht weiter dramatisch. My energy grows. Ja, mein Konter verstärken. Das wartet mir jetzt Leben und ich werde schneller. Ich glaube, ich bin normal auch... Eigentlich nicht unbedingt Schuhe, aber... Gäber, Clouds. Hm. My... Nein, ich sterb. Minute acht, First Blood. Hm, mein Fehler. Ich stand zu offensichtlich. Ich stand... Na ja. Nicht suffen. Nichts zu... Zu. Zu offen. Allgemein. Na ja. Ich wollte dich nur mal ärgern. Ob ich Schaden kann ich damit ja noch nicht. Ah, dem kleine Ulti, das da bei jedem so eine Gestalt auftaucht, ist recht witzig. Auch hilfreich, die meisten hauen dann ab, man sieht sie dann kurz, aber... So, komm, mach mal hin. Ich will auch noch was davon haben. Hm, hm, hm... Das ist die Frage. Eigentlich muss ich hier mal ordentlich auf die Kacke hauen. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen vorankommen. Oh, das Katapult, sehr gut. Ja, ja, ein Schlag noch, ein Schlag noch. Aber es ist nicht vorbei. Das macht mich noch schneller, hoffe ich zumindest. Ah, das wird wieder so knapp. So ein Mist. Hätte ich den Ring gehabt... Dann hätte ich sogar vielleicht überlebt. Ach, da war doch noch... ...was, dass das ganz gut war am Ende hier. Bloodstone. Noch ein bisschen mehr Schaden. Noch ein bisschen mehr Schaden. Irgendwas hiermit wäre eigentlich ganz gut. Warum nicht? Zusätzlich noch Blitze. Damage. Und Blitzschaden. Vorwärts. Erst rein. Also, von daher... Dein Mittelpunkt ist unter Attacken. Jetzt habe ich mich natürlich nicht geportet. Ich habe mich schon mal gut, wenn nicht. Oh, jetzt ist der letzte. Na. Kommt schon. So, Leute. Ah, hätte ich vielleicht sagen sollen, dass die Weiber weg ist. Naja. Was ist denn? Natürlich. Ride the lightning. Was ist denn? Ich bringe die Razorlight. Ah, okay. Das war also die Warnung, dass... ...weiber kommt. Und... ...der mich eh nicht kriegen wird. Weil ich zu schnell bin. Naja. So, 1600 ist jetzt der Plan. Da muss ich die Warnung... Oh. Axe ist hier. Ja. Wie geht die denn? Wie geht die denn? Ich bin nicht wieder. Na. Jetzt wird's knapp. Wieso muss ich jetzt schon wieder sterben? Hm. Okay, was? Meint er mich? Ich nehme mal an. Aber... Your bottom tower is under attack. Kann ich nicht meinen, du warst schon tot. Sanctum ist das denn doch, ja. Your bottom tower is under attack. The Underscape illumines me. I go. The enemy's top tower is under attack. Schön, da waren wir gar nicht so beteiligt dran. Schadensrate 28. Jetzt wird's langsam dann mit dem Schaden interessant. Ah, jetzt geht's natürlich ab, weil die sich nicht auf den Turm konzentrieren. Wer ist das? Nein, nicht schon wieder. Ich bin doch schneller, verdammt. Boah. Was hab ich hier? Angriffsschaden von Gegnern gezogen. Schade. Das war so knapp. Hätte ich den richtigen am Anfang erwischt, wäre der tot gewesen. Hm. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt. Roshan has fallen to the dark. The spirit of the first bear burns immortally me. Damn. So. Ich muss definitiv hier. Ja, hier nach vorne. So. Wo sind sie denn? Mein Angriff ist schön stark momentan. Ich hab 140 Kuss. Das kann ich jetzt natürlich nicht. Hm. Ach, Scheibenkleister. Hätte ich das direkt auf den Turm schleudern können. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr davon. Der ist nochmal richtig interessant geworden. Aber nein. Geht ja nicht. Natürlich. Nein. Oh, dieser dämliche Turm. Stimmt doch gar nicht, dass der mich erwischt hat. Ich glaube, jetzt haben wir kein Gold dafür bekommen. Das wäre natürlich echt übel. Mann, ich glaube, ich bräuchte andere Gegner. Ja, muss er eigentlich, aber... Oh, Schadenfresser. Was ist denn ein Problem? Ich allein komme gegen die gar nicht an. Ich habe doch die Warnung gemacht und ich bin von... Bevor ich reingestiegen bin und bin dann dahin gelaufen und war trotzdem der Einzige, der da war. Das ist einfach... Warum? Ich meine, das Einzige, warum er pink ist, ist doch, dass die anderen aufmerksam werden und dahin gucken. Jetzt bin ich nämlich dämlicherweise sechsmal gestorben. Was hätte nicht sein müssen? Und... Und... Ah, scheiße. Was? Warten? Natürlich. Ich gehe. 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 Mit dem... einem drauf geben. So. Hmm... 63 ist hier schon mal nicht schlecht, aber... Das geht ja auch besser. Nice. So, ich muss jetzt weitermachen. Weil sonst mein Gewitter umsonst gewesen wäre. Einmal. Das ist... Ach, komm. Ich brauch doch nicht mehr viel... Ich hab den grad voll übersehen, wegen seinem wabernden Auftreten. Ach nee, muss ja auch ein Helden sein. Ja, sonst hätte ich da dem mal was geklaut. So, können wir mal zurückgehen. Da würde ich immer gucken, ob jemand da ist. Ja, war klar, da taucht jemand auf. Deswegen geht's auch zurück. Woah, shit. Woah, shit. Gut. Dass ich hier noch durchgekommen bin. Hm. What the heck? Die wollten mich tatsächlich nicht abfangen. Oh, nein. Hm. So ärgerlich und ich hatte's fast. Ich hatte fast einen Schadensbonus von 24. Wäre ich auf... Äh... 90. Hätte ich 90 Schaden. Hm. Einfach mal 90 Schaden, dann muss das was ich den abziehe jedes Mal mit ihrem... Waff Dauer. Waff Dauer. Waff Dauer. Waff Dauer 8. Waff Dauer 18. Schadenskorb. Warte 18. Huhhh... 9, 28. Ah, Scheibenkleister. Manchmal habe ich sich aufgebaut. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. So. Na klar. Haben wir die nicht geschluckt? Und der natürlich. Bewegungsverlangsamung, oder? Ja, wir machen es doch schon. Naja. Ich sollte alleine nicht so weit nach vorne. Aber was bleibt einem denn übrig, wenn man irgendwas bewirken will? Dann kommen die Ungespaaren. Naja. Nein, 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 nein. Mit dem ich errasen. Unglaublich. Der kam ja früh auf die Idee mit seiner Ulti. Das ist ja... So. Kein Bock. Gibt es eben erst mal. Gibt es erst mal nix. So ein Müll. Wenn ich jetzt noch extra Schaden und extra Geschwindigkeit hätte. Ich war ja öfter mal so weit. Ich war ja öfter mal so weit. Da ist er. Wie du willst. Wie du willst. Warte mal. Ich fühle mich. Ich fühle mich eine Verbindung zwischen den Garten und den Klauen. Ich fühle mich. Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Junge, Junge, Junge! Ach! Klar, im Teil ist es meine Schuld. Aber wenn die mir auflauern, habe ich ja eh keine Chance. Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Hm. Hm. Hölle auf Erden entfesselt und trotzdem ist keiner von den Gegnern gestorben und wir werden gleich eh wieder drauf gehen. So wie das aussieht. Viper. Hm. So. Ah. Das hier. Ah. Nö. Komm, ich lass dir mich in Ruhe. Wollte schon sagen. Hier geht's. Ja, ja. Verdammt. Das wär ja... Ach, Mann. Weißt du nicht, wo du hingehen sollst? Ernsthaft? Du hast keinen Plan, wohin du gehen sollst. Und überall ist reich. Ihr Top Tower ist unter attack. Ihr Top Tower ist unter attack. Hm. Merkste da mir? Ihr Top Barracks sind unter attack. Ich sollte mich mal ein bisschen zurückhalten. Ich sterbe definitiv zu oft. Ich hab ja auch zu wenig Leben. Hm. Nein. Nicht gegen den. Der hat seine Scheißdustung gehabt. Ah. Ach. Level 20. Hm. Wirklich. Ach. Die Freunde. Na. Hm. 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 Geil. Wow. Das war natürlich jetzt... Wie war das mit? Ich wollte nicht mehr sterben. Hm. Hm. Ah, den haben wir. Ach was, er ist tot. Und ich habe 182 Schaden plus, da soll der Ex mir nochmal unter die Finger kommen. Ah, und da kam er. Das war ein ungenaden, verdammter Stun. Verlangsamung. Ah, und dann habe ich die Minions geblockt. So ein Blödsinn. Tja. Die haben sie noch nicht mehr alle, oder? Den Kurier zu holen, wenn da in einer Mitte liegt. Und das bringt ja erstmal gar nichts. Also, es wurde noch eine Wenigkeit. Mit mir ahnd ist nichts, bei 2400 Leben, oder bei 2700 Leben. Da muss ich noch so viele Angriff haben. Vielleicht hätte ich mir am Anfang mal ein weniger ehrgeiziges Ziel lassen sollen. Aber... Warum machen die nix? Unglaublich. Warum versuchen wir es überhaupt noch? Aufgeben ist ja nicht und wir weiter. Von daher... Ich hab mich investiert. Ich bin einer Drähter der Drähter... Ich bin einläuträger. Höchstum. Ja, hier gibt es. was ich jetzt eben noch brauche geschwindigkeit aber was sind schon zwei level wenn die anderen immer noch acht oben drüber sind oder auch mehr ich habe jetzt zwar Vorstufe von Mjöln hier aber so dann klaue ich Exma da dürfte gar keinen Schaden mehr anrichten was ist denn eine Illusion der hat immer noch 2000 aber da komme ich ja eh nicht ran vielleicht sollte ich mir da was anderes suchen oder sowas einfach nur mal um meine Stärke hochzuschieben aber gut das hat jetzt auch keinen Sinn mehr keine Meldungen keine Aufgaben auch keine Empfehlungen also für eine Dreiergruppe ist das lächerlich für die natürlich klar naja gut was soll's das ist das ist das ist das ist das ist das ist das stimmig ist der die die